Hallo zusammen, schön, dass du zu einem neuen Luminar AI Tutorial eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute mit einem kleinen Trick zeigen, wie du Rahmen um deine Bilder legen kannst, ohne dass du dafür irgendein externes Programm benötigst. Am Ende des Videos gibt es noch einen gratis Download für dich, da kommen wir dann aber später zu. Ich wünsche dir jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Video und hoffe, es sind wieder ein paar nützliche Informationen für dich mit dabei. Fangen wir aber vorne an. Wie bin ich denn überhaupt auf diesen Trick aufmerksam geworden? Nun, ich war in den Vorbereitungen zum Tooltime Video für die Vignettierung, als mir aufgefallen ist, wenn ich die Vignette entsprechend anpasse, ähnelt das doch einem Bilderrahmen sehr, sehr deutlich. Ich habe hier schon mal ein entsprechendes Bild vorbereitet, um dir zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich werde jetzt mal in die Rubrik der wesentlichen Filter gehen und den entsprechenden Filter Vignettierung oder das Tool Vignettierung öffnen. Zum Tooltime Video gibt es dann in den nächsten Tagen ein separates Video für die Vignettierung. Deshalb nicht wundern, wenn ich jetzt nicht auf die einzelnen Regler ins Detail eingehe. Das kommt dann im entsprechenden Video dazu. Mit der Menge kann ich hier bestimmen, möchte ich eine helle Vignette oder eine dunkle Vignette. In dem Fall möchte ich eine helle Vignette und setze den Wert hier auf 100. Über die Größe kann ich jetzt bestimmen, möchte ich hier, dass die Vignette sehr weit ins Bild reinragt oder aber eben nur an den Ecken zu sehen ist. In dem Fall möchte ich das Ganze sehr weit reinragend haben. Jetzt habe ich hier tatsächlich nur noch so ein kleines Guckloch oder auch Bullauge und das muss ich jetzt natürlich noch entsprechend anpassen. Das mache ich über die erweiterten Einstellungen und kann über die Rundheit jetzt entscheiden, möchte ich hier eine Kreisform erstellen oder eben möchte ich das Ganze etwas eckig gestalten. Und wenn ich die Rundheit hier auf einen Wert von minus 100 stelle, dann kommen wir dem Bilderrahmen doch schon sehr, sehr nah. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein Problem. Wir haben hier so weiche Übergänge. Das können wir natürlich beheben, indem wir hier unten den Regler, den Einstellungsregler, weiche Kante bewegen. Wenn ich den jetzt auf minus 100 setze, dann bekomme ich hier eine annähernd harte Kante. Wir haben trotzdem hier noch so einen ganz leichten Übergang, aber das lässt sich halt leider jetzt hier auf die Art und Weise nicht vermeiden. Auch haben wir jetzt hier so Rundungen an den Ecken. Auch das lässt sich für diese Bilderrahmen, die wir hier zur Möglichkeit oder die wir hier zur Auswahl haben, leider nicht ändern. Was wir jetzt allerdings noch machen können, wir müssen nicht solche riesigen Balken hier haben. Das können wir anpassen, indem wir jetzt hier mit der Größe nochmal arbeiten. Und ich habe da so einen Wert gefunden, der bis maximal 25 geht. Alles, was drüber ist, finde ich, passt nicht mehr, weil wir dann halt auch diesen Verlauf zu deutlich sehen. Also habe ich mir gesagt, okay, maximaler Wert ist 25, sieht eigentlich ganz gut aus. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich gar keinen hellen Rahmen haben möchte, sondern einen dunklen Rahmen? Nun, das ist auch super einfach. Du wechselst einfach bei der Menge von plus 100 auf minus 100 und dann hast du hier einen dunklen Rahmen. Die nächste Frage, die sich mir jetzt noch stellt, was passiert denn eigentlich, wenn ich meinen Bildaufbau noch verändere? Gucken wir es uns doch einfach mal an. Dafür wechsle ich hier oben auf den Bildaufbau und du siehst, hier ist auch schon mal etwas passiert. Ich habe das hier schon mal angepasst. Ich werde das Ganze jetzt noch weiter anpassen, um dir einfach mal zu zeigen, was passiert. Nehmen wir einfach mal diesen Bildausschnitt, denn jetzt haben wir weder den Rahmen im oberen Bereich, noch im unteren Bereich, noch rechts oder links, der sichtbar ist. Wenn ich jetzt auf Bildaufbau hier klicke, dass er das anwendet, dann wirst du sehen, dass er den Rahmen trotzdem beibehält. Das liegt einfach daran, dass ich in der Vignettierung die Möglichkeit habe, hier auszuwählen, nach dem Beschnitt oder vor dem Beschnitt. Wenn ich vor dem Beschnitt auswähle, verschwindet der Bilderrahmen. Gehe ich jetzt hier wieder auf Bildaufbau, siehst du, dass er im Originalbild angewendet ist. Also, wenn wir hier den Rahmen nutzen wollen, müssen wir hier immer auswählen, nach dem Beschnitt. Und jetzt warten wir den Moment, bis das aufgebaut ist. Jetzt siehst du, haben wir hier an den Rändern unseren Rahmen, aber im oberen Bereich ist er verschwunden. Das liegt einfach daran, weil hier immer noch ausgewählt ist, vor dem Beschnitt. Dann wechsle ich hier wieder nach dem Beschnitt und schon ist der Bilderrahmen wieder da. Jetzt kommt allerdings ein Problem auf uns zu. Was ist denn eigentlich, wenn ich die Vignettierung schon im Bild angewendet habe? Wie kriege ich dann einen Rahmen hier rein? Nun, das werde ich dir jetzt auch zeigen. Dafür stelle ich jetzt erst einmal die Vignettierung hier ein. Wir werden hier die Menge etwas ins Dunkle ziehen, die Größe, dass es etwas weiter reinragt. Grundheit, Weichheit können wir so lassen und ich werde die innere Helligkeit hier noch so ein bisschen anpassen. Und auch den Mittelpunkt etwas versetzen. Nehmen wir mal einfach hier, dass die Sonne hier so ein bisschen draufstrahlt und dass das hier hinten etwas dunkler wirkt. Vorher, nachher sieht eigentlich ganz gut aus. Wie kriege ich jetzt meinen Rahmen hier ins Bild? Nun, dafür werde ich jetzt über einen kleinen Umweg gehen müssen, denn ich muss mir jetzt mein fertig bearbeitetes Bild einmal exportieren. Und suche mir dann einen entsprechenden Ordner hier oben aus. Und die Anpassung werde ich jetzt hier mal nicht durchführen. Das ist eigentlich bei mir alles soweit schon eingestellt. Hier musst du natürlich dann selber für dich dann gucken, was du hier einstellst. Und jetzt werde ich das Ganze einmal exportieren. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und sobald dann das Bild exportiert ist, werde ich mir dann das fertige JPEG-Bild hier wieder zurück in Luminar AI laden. Das kann ich jetzt machen. Es ist fertig exportiert. Entweder über den Katalog. Oder aber in dem Fall werde ich das Ganze jetzt hier über Bild hinzufügen machen. Wähle mir jetzt hier das JPEG aus. Du siehst, es ist 25 MB groß. Klicke doppelt drauf. Und jetzt bin ich hier schon in den Vorlagen. Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurück gehen, um dir zu zeigen, wo du jetzt hin musst. Denn jetzt kommt der Gratis-Download, den du dir herunterladen kannst. Ich habe zwei Rahmen erstellt. Die kannst du dir über den Link in der Videobeschreibung kostenlos herunterladen. Und dann kannst du sie dir hier nach Luminar AI hineinladen. Ich gehe hier auf meine Vorlagen. Und dann habe ich hier oben die Möglichkeit, einen Rahmen in schwarz oder einen Rahmen in weiß auszuwählen. Im Prinzip reicht auch einer. Denn wenn ich jetzt den ganzen Rahmen hier mal auswähle, ich nehme mal weiß. Dann siehst du, habe ich mir den fertigen Rahmen hier über das Bild gelegt. Jetzt kann ich natürlich wieder nach bearbeiten gehen. Und habe jetzt die Möglichkeit, die Größe anzupassen. Und das hier auf 20 stellen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier die Menge zu ändern. Also von hell auf dunkel zu wechseln. Trotzdem habe ich mir das Ganze auf zwei Vorlagen gepackt. Der Einfachhalber. Brauche ich nur klicken. Fertig ist der Lack. In dem Fall lasse ich das Ganze mal bei weiß stehen. Größe kann bei 20 bleiben. Und wir können uns zum nächsten Thema widmen. Denn ihr wollt sicherlich wissen, wie bekomme ich denn jetzt diese Vorlagen hier auch bei mir in Lumina AI geladen, wenn ihr sie runtergeladen habt. Dafür müsst ihr einmal hier auf diese drei Punkte gehen. Im Explorer anzeigen. Und jetzt siehst du hier oben den Pfad. Da kopierst du dir einfach die Vorlagen hin. Und zwar musst du hier über Windows C. Dann der Benutzer. Dann steht hier sicherlich dein Name. Dann gehst du hier auf App Data. Auf Roaming. Lumina AI. Data. Templates. Und dann auf User. Und hier lädst du dir dann die entsprechenden Vorlagen einfach rein. Alternativ kannst du natürlich auch versuchen, hier auf gekaufte Vorlagen zu gehen. Sagst dann hier hinzufügen. Und lädst dann einfach die beiden Vorlagen, die du dir heruntergeladen hast, hier rein. Mit den Vorlagen, gerade was das Kaufen angeht, habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt, weil ich mit den Vorlagen so gut wie gar nicht arbeite. Zumindest nicht mit denen, die hier zur Verfügung stehen. Meine eigenen Vorlagen, das kann dann schon eher mal sein, dass ich dann hier mal was ausprobiere. Wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Rahmen oder auch hier Logo weiß rechts oben. Das sind alles so Dinge, die ich mal ausprobiert habe. Aber in der Regel arbeite ich mit diesen Vorlagen so gut wie gar nicht. Funktionieren denn diese Vorlagen auch bei Hochkantbildern? Ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal an. Dafür wechsle ich auf den Katalog, laden wir mal hier dieses Wolfsbild und gehe jetzt mal in die Vorlagen. Hier unten seht ihr, das ist noch ein ARW, also es ist ein Rohbild, was bearbeitet worden ist. Und ihr seht, auch hier ist eine Vignettierung schon mit drin. Heißt also, ich kann nicht über den direkten Rahmen gehen, sondern ich muss es auch wieder über den Umweg mit dem Export machen. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Rahmen auf das JPEG, auf das fertige JPEG dann zu legen. Das werde ich dir jetzt zeigen. Ich mache einen kleinen Sprung, bis wir dann hier wieder beim JPEG angekommen sind. So, ich bin wieder zurück. Wir sehen hier unten, ich habe jetzt das fertige JPEG hier wieder reingeladen, auf demselben Weg, wie eben schon im ersten Beispiel. Und jetzt nehme ich mal eine von den beiden Möglichkeiten, also Rahmen schwarz oder Rahmen weiß. In dem Fall nehme ich schwarz, weil was will ich hier mit dem weißen Rand, wenn es eh schon sehr viel weiß an den Rändern zu sehen gibt. Also einmal schwarz auswählen. Jetzt habe ich einen schwarzen Rahmen hier um das Bild gelegt. Habt jetzt natürlich wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte den nicht ganz so groß haben. Nehmen wir hier mal einen Wert von 15, 17, wie der persönliche Geschmack aussieht. Und jetzt habe ich natürlich das Bild mit einem Rahmen versehen, aber es ist immer noch nur in Lumina mit einem Rahmen versehen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel bei Instagram, Facebook, sonst irgendwo posten möchte, muss ich es natürlich neu exportieren. Das mache ich wieder hier oben auf Exportieren. Klicke da ein Foto auf Festplatte speichern. Wähle mir wieder den Ordner aus, wo ich es hinhaben will. In dem Fall nehme ich denselben Ordner, wie eben schon das erste Bild exportiert. Sage Exportieren. Jetzt sagt dir, dass dieses Bild schon existiert. Klar, wir haben ja eben schon einmal das Bild ohne Rahmen dahin exportiert und sagt dann einfach jetzt Ersetzen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann ist auch das Bild wieder exportiert. Und falls jetzt die Frage aufkommt, habe ich jetzt Verluste durch den Export? Ich sage Nein. Ich zeige dir das auch warum. Also hier ist einmal das fertige Bild. Das sind jetzt 23,7 MB. Hier habe ich das jetzt noch nicht neu exportiert. Hier werden wir jetzt auch mal gucken. Das ist 25 MB glatt. Ich wechsle jetzt wieder zurück nach Lumina. Sage hier Katalog. Öffnen mir dieses Bild. Jetzt sind wir hier wieder im JPEG und sage nochmal Exportieren. Exportieren. Wählen mir wieder den Ordner aus. Sage auch wieder Exportieren. Hier unten auch nochmal. Hier kommt wieder die Meldung. Soll es ersetzt werden? Ich sage Ersetzen. Und jetzt rechnet er das Ganze raus. Und wenn er fertig ist, dann wechseln wir nochmal ins Bild selber. Klicken kurz an. Und da seht ihr, wir haben durch den Rahmen sogar 0,1 MB hinzugewonnen. Heißt also, wir haben hier keinerlei Verluste durch diesen zweiten Export des JPEG-Bildes. Meine Frage an dich. Kanntest du diesen Trick mit der Vignettierung oder war das völliges Neuland für dich? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie dein Feedback dazu aussieht. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war wieder interessant für dich. Und vielleicht gab es ja auch die ein oder andere neue Information. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und vielleicht auch einen kleinen Kommentar unter das Video setzt. Das hilft dem Ranking von dem Video. Je mehr Kommentare und Daumen nach oben, umso besser wird der Algorithmus von YouTube dieses Video ranken. Und umso mehr Leute schauen sich das Ganze dann natürlich auch an. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Lumina AI arbeiten, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist dann ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst keinen Cent mehr bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylim, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier ein klein wenig unterstützen. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!